So, so, liebe Leute, wir haben heute ein tolles Programm hier vorbereitet. Peter und ich hier auf den Unterhaltungsplanen. Alles glückliche für euch. Ich schaue mich weiter. Damit man viele Gesamte teuer verkaufen kann, aber es macht gute Laune und wir laufen also fünf Runden und es ist eigentlich ganz einfach. Seid ihr parat? Ich lese fast dann. Seid ihr parat? Okay und Publikum, seid ihr parat? Ja super, das klingt gut. Auf die Plätze, fertig, los! Ja hey, 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 hopp, 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 geil! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 Ich komme wieder, keine Frage. Immer schön geschmeidig bleiben. 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 Immer schön geschmeidig bleiben.